Hallihallo! Willkommen hier beim IST! Bei der Fortsetzung von letzter Folge. Wir sind hier irgendwie gefangen genommen worden, jetzt flüchten wir wieder und und und. Und wir müssen das Lager verlassen. Ach, von hier sind wir einfach gekommen, oder? Von da wo wir gekommen sind, kann ich jetzt eigentlich wieder raus, theoretisch. Ja, unsere Katze ist leider gestorben, aber... Genau von hier kamen wir. Kann ich einfach hier rausrennen, oder? Nochmal probieren. Aha. Okay. Wir kehren zu Dorf zurück. Automatisch. Ja. Genau, die haben wir gesehen. Das ist ein, was wir gesehen haben. Also, ich verstehe, ich behaue dich, aber ich habe dich hier. Oha! Okay, warte mal, wir haben eine neue, aha, Feuer greift wohl weg, der Island stelle den Felshaber, das hier ist wahrscheinlich, hier ist die Tussi drin, die wir eben gesehen haben, oder? Das haben wir nur freigeschaltet, aber ich gehe erstmal zu dem, vielleicht noch irgendwas bauen hier, upgraden, Südstein, Südauhorn, seltene Hirschhaut, was ist das tun? Seide Süd und Mammuthaut brauchen wir dafür, also wie es scheint, können wir noch keinen upgraden, was machst du? Der schickt Winde um Honig zu finden, der kann seinen Honig auch sehen, hier, der da oben hat aber noch was für mich, eine neue Mission, neue Aufgabe, öffnen, mal schauen, was der gute Mann hat, oh, wieder ein Gebräuser machen, für uns. Genau, noch ein bisschen, ein bisschen Erde vom Boden rein. Okay, checkpoint, jetzt geht's los. Was haben wir jetzt nur für eine Mission aufgehalst? Was sind wir nun eigentlich, Mission des Feuers? Finde die grösste Angst. Fass Krati nicht an, was ist Krati? Fass Krati nicht an, was ist Krati. Fass Krati nicht an, was ist Krati nicht an, was ist Krati, sondern auch Krati nicht an. Das Feuer von Krati, das Feuer von Krati wird von allen Itzla gefördert, halte Dings und drücke Dings um einen Meteorpfeil abzuschießen, um den Zorgen der Sonne zu entfesseln. Töte fünf Gegner, um das Feuer von Krati aufzuladen und einen mächtigen Dreifachschuss für den nächsten Schuss zu erhalten. Nachdem du einen dreifachen Pfeilhagel abgeschlossen hast, wechselst du wieder zum Meteorpfeil. Kann ich hier eigentlich die Eule benutzen? Aha Bam Dann Sieg nicht mehr, Al. Entschuldigung. Ich weiß hier wieder mal nicht so genau was ich tun muss. Über ihn kann ich durchs Feuer gehen. Ich bin hier voll on fire. Reiche die stehenden Steine. Jetzt zerstöre ich denn die... Einfach... Aha. Okay. Und nun? Okay. Ich nutze den Dreifachschuss um den Mond zu zerschlagen. Hier ist ein Mond oder was? Das ist der Mond. Jetzt müssen nur noch mehr Gegner kommen. Wir haben den Mond ja schon halb angezündet. Diesen Mond. Ich glaub schon, dass wir aufs richtige Ziel schiessen. Jetzt müssen wir die ganzen Freaks hier wieder töten. Und Feuer auf dem Mond. Und Feuer auf dem Mond. Das ist so komisch. Wo hat's denn noch Leute? Irgendwo schießt die ganze Zeit einer auf mich. Das ist so komisch. Geht. Über den gibt es schöne Feigheitspunkte. Und... Der Mond ist explodiert. Jetzt haben sie keinen Mond mehr. Mit dem Pfeilbogen haben wir den Mond in die Luft gejagt. Mission des Feuers abgeschlossen. Der wird auch voll den Anfall. Das ist ein Pfeilbogen. Das ist ein Pfeilbogen. Prascoa Pascha. Gratis. 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 Masch. Pass auf die Pκ. Hakkis. Hakkis. Hu. Okay. Der jagt uns wieder davon. Soll ich den Kram selber machen? Und nun? Hä? Wo ist das ganze Zeug hin? Habe ich irgendeinen Filter drin? Und da oben ist wieder eine neue Aufgabe. Ich habe das Gefühl, wir kriegen hier mega viele Fähigkeitspunkte gerade. Mal schauen, was wir hier für eine Aufgabe kriegen. Hier ist die Tussi drin, oder? Die Kleine. Oder wer wohnt hier? Ach genau, die Ohrenfrau. Es ist ein Kram. Das ist das Gefühl, dass wir auch hier förlässig sind. Wir haben das Gefühl, dass das für die Hände nicht nichtynthia zu hauptsächlich war. Sie haben viele angeblich die Hände in Höhebert. Aber der Böse ist es nicht so, dass die Böse der Böse der Böse nicht so gut ist. Ich habe die Böse nicht so, dass ich die Böse nicht so gut bin. Ich habe mir gesagt, dass ich die Böse nicht so gut bin. Oh, die schaussische Schwader. Sag deinen Ohren, dann komme ich zurück. Das sind alles Freaks hier irgendwie. Mission zum Kartmenü hinzugefügt. Jetzt haben wir noch eine neue. Hier oben, hier, die Sammlerin. Finde das seltene, was? Nordgelblatt? Der Krieger, der hat irgendwas und der hat irgendwas. Hier ist auch was, die Jägerin. Und hier ist einer. Der Denker. Ach, hier ist ja auch noch eine. Ich glaube, wir gehen zuerst mal zu dem Bollwerk rüber, oder? Weil auf jeden Fall irgendwas, was einigermassen in der Nähe ist. Wenn wir den markieren und ich hier hinreise, es könnte einigermassen in der Nähe sein. Und hier ist wieder eine Hand. So. Auch da vorne ist gleich wieder eine Schlägerei. Wir müssen schauen, was da oben ist. 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 Wir müssen laufen. Wir müssen laufen. Ist der Bär umgeschnetzelt? Ja. Der Bär gab uns wenigstens wieder Fleisch. Wo ist eigentlich der Löwe hin? Irgendwann war doch auch noch ein Löwe. Hier. Der nächste Bär. Probier es ruhig. Ich habe dem Hilfe von meinem Kätzchen. Krasser Bär, man. Mal schnell ins Menü gehen. Speere, Speere. Was bringt es eigentlich, wenn ich mehr Keulen habe? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, ich kann sowieso nur mit einer Keule hauen gleichzeitig. Wir können bald wieder verbessern. Seltenes Sida Horn. Der knallt hier ein bisschen mehr rein. Kecher. Kecher. Langbogen. Nordschwarzstein, Nord... Was? Nord... Zeder. Was ist denn das? Falle. Splitter. Fähigkeiten. Genau. Fünf Punkte haben wir schon wieder. Wir könnten entweder hier mehr... mehr Pfeile... Dass die Eule nur noch 40 Sekunden hat. Das gefällt mir ganz gut. Ja, der Rest kann warten, oder? Machen wir das noch? So. Das und mehr Pfeile. Größeren Köcher. Was kann ich denn noch mehr auf... Bärenfell? Ja, wieso nicht? Seltene Federn. Jackfell. Ich baue jetzt einfach mal alles, was ich irgendwie kann. Damit wir mal ein bisschen Material loswerden. So. Jetzt habe ich ganz viele Sachen gebaut. Ja, isst noch ein bisschen was. Ach, der Bär ist schon aufgegessen. Wie viel brauchst du denn noch? Ach, du legst dich. Ja. So. Ich wollte hier nach hinten hin zu dem... ... 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 Steinsteinstaub. Es gibt ziemlich viele Bären überall. Was bist du? Ein Affen. Rote Blätter sind auch nicht schlecht. Der Bär will Krieg, glaube ich. Der Bär war auf Krieg aus der Bär. Stein. Blätter. Tasche wieder voll. Stein. Jetzt können wir richtig schnell Pfeile herstellen. Das ist geil. Laufen wir überhaupt richtig? Ich habe das Gefühl wir laufen in die falsche Richtung. Weil ich will ja nicht hier weiter. Ich will da oben zu dem Bollwerk hin. Das ist... Ach da unten. Absitzen. Ich glaube die nächste Folge nächstes Bollwerk würde ich sagen. Bis dann. woher I stay. Ciao, ciao. Tschau.